4 sind es hinterm Auto. Ah, cool. Das hat was gebracht. Scheiße. Hast du die Erfahrungspunkte gesehen? Nee, ich wollte gerade dich fragen, ob du es gesehen hast. 263 verloren, sag mal, sind die ein bisschen bekloppt im Kopf oder so. Aber ich habe gerade gemerkt, wie schnell das ging. Ja. Die haben zweimal draufgeschlagen hier und dann war ich niedergeflaggt, verstehst du? Ja, die sind stärker, glaube ich, als die normalen da halt an dem Strand. Boah, das wird dir ja immer nur lohnen, ne? Boah, der hat ja mal jetzt angriffen, du das Schwein. Oh, scheiße, sie pustet. Das ist so doof, dass sie pustet bei denen so schnell weggeht. Ich habe gar kein Ding zum zuschlagen. Ja, aber es kostet dich trotzdem Kraft, weißt? Auch wenn du in die Luft nicht brauchst. Boah, nee, das gibt es ja nicht, ey. Ich verliere jetzt dann gleich wieder meine ganze Kohle hier. Ui, 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 was sind das schon Arschlächer? Du hast keine Attacke mehr jetzt, gern. Ja, ganz ehrlich, wenn ich einmal hinter der Busgang hätte, hätte ich es gesehen. Was hattest du gesehen? Dass da so viele sind. Ja, hab ich es. Echt? Na klar. Jetzt hältst du mal dein Gosch. Jetzt kommt einer von hinten das auf. Ah, okay. Der soll sie trauen, ey. Ohne Scheiß. Der soll sie trauen. Jetzt habe ich gedacht, das sind 1.007 oder so. Boah. Das war geil, oder? Also für den fetten Arsch hättest du ja mindestens 1.000 gekriegt, oder? Gold Münzentaler. Also wie die, den er gerade hingestreckt hat. 30.000. Na ja. Also komm, sagen wir mal ein wenig spendabler hier. Die müssen spendabler sein, nicht wir. Das brauchst du nicht zu mir sagen. Ich muss zu der... Hast du irgendwie gewusst, dass da nur einer ist? Frag mich nicht warum, ich hab's irgendwie gewusst. Ja, weil du es gehört hast. Tauchermesser. Ach so, was braucht doch keiner. Okay. Also was war's? Das ist nämlich das. Die kommen ja nimmer mit Messern an, greifen mich an, her. Ja. Und ich verliere dann hier saumäßig an Geld. Ja. Äh, Gold Münzentaler Stück. Hallo. Halt mal Lohi, du Arsch. Boah, ey, du Grübelkopf. Du blöde Sau, ey. Ich glaube, ich muss mich einfach aufregen, dann klappt das besser. Ja, aber dann kommt da, was weiß ich, wie wir ausdrücke. Könnte passieren, muss aber nicht. Den Hammer? Ich will jetzt mal die Axt ein bisschen probieren. Ähm, wo geht's denn lang? Da geht's lang. Ja. Dann gehen wir mal schnell weiter. Wie voll bist du eigentlich? Oh, ne. Das ist ne Verarsche. Also wirklich, das ist ne Verarsche. Das stand ja dran, ey. Ja, aber das ist doch trotzdem kacke. Das hatte die heilige Helling gesagt. Ja, aber, mein Gott. Das ist doch scheiße. Keine gute Tat. Kapitel 8. Ja. Lade Abwasserkanäle. Abweser. Abwasserkanäle. Abweserle, Kanälele. Ne. Ne. Tatsache. Ne. 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 die Achse ist ja mal sche... voll die Scheiße. Da ist mir gleich Luft weggeblieben, hey. Grotz, fix, hey. Das regt mich auf, man. Ah, geil. Was soll die Scheiße? Ja, nimm ne andere. Nimm die... was hattest du noch? Was hattest du noch für Waffen? Ich hab keine Ahnung, das ist mir wurscht. Die will da raus. Die Schnauze, du bist auch nicht wirklich... Weißt du, wir haben eine Waffe in der Hand, der schlägt nur mit seinen Händen und macht dich trotzdem kaputt. Also schlägt dich tot. Ui, ja. Ja, schnell gehört er. Doch, 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 aber dass er gleich so schnell kommt. Ja, warte. Der hat gar keinen Schaden, weißt du? Und der hat gar nichts in der Hand. Ah, infiziert er, okay. Boah, ey. So, einmal die ganz... den Kopf abgeschlagen. Da hinten steht so ein Fetzer. Ah, das steht so ein Kotzerrecht. Wir haben gesehen. Aber der soll sich ruhig auskotzen, weil der es mir wurscht. Aber der geht bestimmt gut. Tschüss. Haha. Ich glaube, du kannst nicht schlagen, schätze ich das. Was? Ich glaube, du kannst nicht durch das... was war das Rohr? Keine Ahnung, Metall? Was heißt ich? Das ist mir scheißegal, ich will hier weg, Mann. Nein, lass mich. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Ne, toll. Na, man muss ja trotzdem wieder hinten... Ich will nicht mehr. Da geht durch wieder. Police Station. Police Station. Police Station. Polizei Wache. Yes. das habe ich keinen Bock jetzt sind da wieder die ganzen Gangster und sowas wahrscheinlich Suche und rette Chin! Boah, der Hals aber heftig, hm? Was? Chin müssen wir da jetzt irgendwo finden, was soll ich sagen? Ui, hab ich mich gerade erschrocken von dem Schatten! Da, schau dir das mal an, hey! Bist du? Da will ich auch angeschriegen, hey! Wie das aussieht! Voll geil! Sieht sehr failhaft aus! Was ist das? Das ist ein Auto! Ja, ja, haha! Ich schau bloß, ob da jemand gleich hinter der Ecke hervorgekommt, so wie der da hier! Oh, der ist tot! Aufzeichnung! Im Kofferraum waren... im... Kofferraum... Heu! Oh! 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 Wenn er keine Luft holt der blöde arsch ist keine wunde so viel luft holen muss sie überhaupt keine luft zum atmen dann braucht er immer so lange das zuschlägt zack war ich einmal drauf vor allem manchmal ist es ja so dass wenn du schlägst und niemanden treffen kannst weißt dass der weißt dass du den ich treff triffst und es zieht ihr trotzdem saumäßig die puste weg für das dass ja nichts trifft da brauchst du keine kraft oder so wenn du niemanden triffst nur das ausholen aber das bisschen unlogisch aber gehr krückeliger gehr der hat auch der hat auch einen leichten schwarze nein das war klar das war so klar bin ich bescheuert oder was das ist viel zu groß warum bin ich jetzt auf einmal hier drinnen vor allem war das schaffst du nicht die hallo und sich nicht an ach komm herr leck mich doch das gibt es doch nicht hin es war doch klar dass es nicht so schnell schafft das ist so schlimm nö ja steilach ist jetzt auch kaputt und dann kommt wieder der blöde Arschmeier ja der voll spastiker ja die haben im spiel alle ein bisschen ein halb spastiker ein wenig spastiker warum haut der nicht zu ich weiß es nicht und ich hab's wieder sprach verloren ja du willst du gar nichts gerade ja weil ich mich gerade echt konzentrieren muss das aussieht na der kann nicht mehr zuschlagen ja ich habe ihn beide aber der kann beißen wie er soll ein wichser das war doch mit dem kopf leck mich am arsch warte mal so jetzt gibt es eine auf die fresse jetzt reicht es mal ein blödes Arschloch warum du auf einmal in dem raum bist das verstehe ich nicht du warst doch noch unten oder ne du bist ja schon hochgezogen oder wenn nicht nur in der effektivere Waffe na die da da geht der Kopf leicht ab wenn du nicht hochkommen willst also der ist so fett und heiß da kommst du nicht so leicht durch puste aber jetzt ist er gleich weg jetzt geh halt zu Boden jungen mensch ins meyer das Arschloch da musst du hin keine ahnung den habe ich jetzt ja irgendwie ne da rechts rechts der da rechts der da ne der hat auch keine Ahnung aber kackt alter Schwede ey die regen mich so auf die blöden Schläger Arschloch was sind die jetzt hin ich weiß keiner so genau warte 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 mal ich glaube du musst noch das Teil da an effen auf dem Schreibtisch jetzt warte also ich habe das du es ich will mein Geld wieder Pistolenmunition oh ne Hand geil geil schau du hättest noch viel mehr Geld wenn nicht die Arschloch also der Hammer der ist scheiße das merke ich jetzt auf jeden Fall schon mal sichl das da reparieren wir das da reparieren wir das kann man nicht mehr reparieren dann reparieren wir das noch und dann passt die Sache wieder und dann wechsel ich jetzt gleich mal auf das da bevor wir da uns rein wagen die Axt ist nicht aber ich höre nix wie du hörst nix also dass da niemand kommt also dass da niemand ist so könnte das endet sie gleich was bloß auf dann fortzlappen 54 das müssen wir noch mal machen um das war ein fetter Gehirn ja da kann man nicht so schnell reagieren ohne Scheiß das Gedächtnis das Album müssen und es geht einfach nicht den Dornasch ist immer so willst du eh nix na lieber nix schmeißen ist tot da hinten ist das das bestimmt ein Schläger ja wart halt oh ich wollte grad sagen da ist doch nur einer ja eigentlich schon was steht da ach der da gell hat der blöd rumgeschrien grad ne der war doch echt ich dachte der war weiter hinter ist die besser ach die paar Schadenspunkte sind mir jetzt auch egal ja aha ach 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 ja super das hast du schon mal sehr toll wieder gemacht was will ich was will ich der war ja nix der ist glaube ich dort der ist glaube ich dort bin mir nicht ganz sicher aber auf jeden Fall haben wir einen Ausweis gefunden super das ist schon mal echt eine Hilfe hey hey ich bin in meinen letzten paar Schälen hier die Schnauze warum machst du das habe ja eh keine Munition mehr also von dem her ist es ja egal schau das war nicht der eine ich weiß nicht wo der Herr das kommt Geo ja da wird er nicht drin sein der was ruft weil ich meine wäre auch ein bisschen unlogisch was macht denn der da egal die eine Kugel wollte jetzt einfach für den verballern ich will da jetzt gar nicht rein gehen versteh ich ja egal ja du musst offensichtlich warum auch immer uja 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 ja der hat von der Seite so ausgeholt das kann es nicht sein doch siehst du ne das kann es nicht sein doch so jetzt mache ich mal eine kurze Pinkpause dann bin ich gleich wieder da uja